I'm here, reaching for a cross, there's no frontiers Die wir erstmals doch einfach erreichen können, wie zum Beispiel das hier So, und wieder den Ball durch Ringe führen Oh, das war nichts So, das hat schon ein bisschen eher gepasst Nein, der Winkel hat da diesmal nicht gepasst Ach, komm mal Okay, und jetzt den Ninder mit, äh, stelle ich das am besten an Von ganz weit entfernt, ne? Hm? Ähm Okay Nicht von ganz weit entfernt, sondern von weiter oben So Da ist auch noch ein Rätsel weiter drüben Die Insel ist auch wirklich ganz schön groß, muss man sagen So, markieren wir das mal schnell Zur Sicherheit, bevor ich mich noch hier wieder vertue Unnötig Vielleicht habe ich von hier aus dann etwas leichter Die anderen Rätsel noch zu erreichen, die mir noch fehlen Das führt durch eine Das führt zu einer Brücke, hm? Ey, was machst du denn? Warum? Warum? Warum nutzt du nicht die Dash Panel hier? So So Komme ich hoffentlich da rüber Oder? Was machst du? Boah Wieder rumgeschleudert werde hier Schau mal hierbei, darf ich nicht so schnell werden Ist das ne Ist die Brücke geöffnet? Aber da kann ich hoch Laufen Da habe ich nicht wirklich gut ein Aufgenommen Aber es muss möglich sein, da Rüber zu gelangen Warte mal, da ist ne unsichtbare Wand Wieso? Wieso ist da unsichtbare Wand? Ich komme da nicht durch Das muss also geöffnet sein Aber wie öffne ich das denn? Es geht einfach nicht, aber Es muss doch Es geht doch eigentlich, ne? Ich habe das selbst gesehen Ich komme da nicht rüber Nein, da ist ne verdammte unsichtbare Wand Da will ich das Spiel Will nicht, dass ich da rüber komme Hä? What the fuck? What the fuck? Unsichtbare Wand hier Nicht euer Ernst Ja, und wie soll ich mich dann Wie soll ich dann hier weiterkommen? Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich wollte jetzt in diesen einen Rätsel hin Aber ich komme da irgendwie gar nicht hin Was ist das? Wie kann ich denn diese Brücke jetzt schließen? Oder geht das nur untertags? Das ist etwas, was ich jetzt gerade Verstehen will Oh, komm Bleib da oben Wenn du das schon kannst Was war das jetzt? Das sind Stacheln, die im Ein- und Ausfahren Oh Okay, die werden mit einem Schlag kaputt What? Warum das denn Das sind solche Gegner? Dann komme ich jetzt hier hoch Zu dem Rätsel immerhin Hm Easy peasy Jetzt wird das schon mal geöffnet Alter Es sind immer so viele getrennte Inseln hier Wie soll man dann Hier noch zurechtfinden? Aber eins verstehe ich nicht Wieso komme ich da nicht drüber? Wenn das doch Wenn das doch eigentlich möglich ist Das verstehe ja nicht, wer will Na gut, dann gehe ich erstmal zu den Rätseln Und ich glaube, der Weg ist hier hin Also müsste ich diesen 2D-Bereich hier durchmachen Oh Schön aufpassen Jetzt bin ich fast 99 voll hier Hm Was ist das für eine Ration hier oben? Oh Hier ist es eisig Oder was? Das ist gleich tatsächlich in einem Oh Eisig kalten Gebiet Aha Ich habe leider Gottes Leider Gottes hat mich das hier nicht hier rüber geführt So wie ich es eigentlich wollte Sondern hier hin Und alter Ich da rutschen muss Aber ich schätze mal Das geht nur Da Damit müsste es funktionieren So sieht es aus So, mir lieber es würde mal komplett 3D bleiben Weil dadurch sehe ich auch, wo ich hingelange Was bringt es mir, dass das jetzt hier 2D-dimensional läuft hier? No Also das müssen sie beim nächsten Sonic Frontiers 2 Oder was auch immer das Sequel heißen wird Müssen sie das Bitte so umändern Ach komm Muss ich dir erstmal diese Sequenz sehen Was weiß So Immerhin sind wir gleich beim Rätsel Was ich schon lange haben wollte Äh, was ich schon lange Äh, wollte Und wieder Tetris Okay Mit was fange ich an? Würde sagen Damit Hahaha Oh lol Ich liebe es So Als nächstes Äh Oh Der hier ne Okay Das passt zusammen Und dann wär's das Nice Nice Ein schöner Tetris-Würfel Super Die Insel ist vervollständigt Ach, aber Wie komm ich da bitteschön Zu den anderen Die noch übrig sind Das ist die Frage Fragen über Fragen Das ist jetzt echt nicht leicht Oh, warte mal Wo führt mich das jetzt hin Oh Schade Das ist nur die Fischerstelle von Big Er hat ja schon Hoffnungen Das ist vielleicht dieses Mal Oh Ich hatte schon Hoffnungen Dass es mich vielleicht irgendwo Hinführen würde Wo ich Als nächstes Zum nächsten Rätsel kommen könnte Das ist zu einem der Rätsel Die noch übrig bleiben Wo chillt denn hier noch Ein Koko rum Ah, hier Jede mehr Ruinen hier Ja, da ist Big Angestellte bei diesem Turm Hm Und da ist Tails Hm Vor allem Hier ist auch der eine Koko Mit der Der meine Angriffskraft Und Verteidigungskraft Stärken kann Ach Bei mir ist nach wie vor Schleuerhaft Wie ich hier hin Gelangen soll Das ist nämlich Mein nächstes Ziel Da will ich Nämlich hin Aber Das zu erreichen Ist ja eigentlich schon Fast Oh Zum Schluss mit dir Na warte Wo ist er Jetzt reiß ich mich mit dir Big Münzen Das sind Also Angel Münzen Ja, schon habe ich mir Der auch noch unterwegs Wenn ich schon dabei bin Oh, nice So Und Du Machst jetzt auch Einen Abgang Und gibst mir den Abwehrsamen Nice Immerhin bekomme ich hier Noch guten Stuff Aber Das ist auch schon alles Wie ich jetzt da Weiter gelangen soll Ist mir noch ein Rätsel Ah Oder jetzt bin ich schon mal Hier hingelangt Es muss einen direkten Übergang hier geben Wenn ich übersehe So, da ist wieder unser Spinnenfreund Aber den lasse ich jetzt Mal Spinnenfreund sein Ich könnte zu T.S. gelangen Oder Ich könnte versuchen Hier hin Ja, gehen wir erstmal zum Koko hier Zum Einsiedler Koko War das, ne Ich liebe den Super Turbo Und wie schnell man damit sein kann Oh, shit Na gut Lassen wir das Ich hoffe Ich werde dann am Ende Wieder Nicht so wenig Erinnerungsfragmente haben Für alle Nebengespräche Was? Shinobi? Der Ninja? Der Super Konter Boah, ist der episch Na das war doch Epic Schnell und sauber Erledigt So wie es es gehört So, hab ich dich endlich Gib mir jede Menge Ich sollte weiter Danke Hm Hab eigentlich Mehr erwartet Okay Passt schon So, da ist Tails Aber eins nach den anderen Die Rätsel gilt es erstmal Noch alle zu lösen Und Erinnerungsfragmente Noch ein paar Zusammensammeln Für alle Fälle Hm Ich will auf jeden Fall Da rüber kommen Hm So, ich da Rauf Oh, nein Äh Jetzt, ich will da Weiter Haltet mich nicht Länger auf Hm Aua Oh Haha Okay Man konnte die Schaden Vermeiden dadurch Dass das auch damit funktioniert Hätte ich nicht erwartet Schön und gut Dass ich hier Erinnerungsfragmente Bekomme Aber Das Bandit wird Noch nicht mal Meine Frage Wie ich da weiterkomme Hm Das Gebäude ist auf jeden Fall Im Weg Oder ich sollte Einfach nur Runterrum Und dann passt das schon Einmal sollte ich das Auch machen, ne Einiges ersparen Vor allem Einiger ist ein Ärger So So Und wo bin ich jetzt Man konnte ich jetzt gerade nicht boosten Zu dem Zeitpunkt Hm So Jetzt sind wir hier oben Ich glaube hier waren wir schon, Mann Ne Ja, ja, ja Ist gut Ist gut Ich weiß Ich weiß Ja So Geben wir den Samen Sehr schön So Alles was ich will Ist jetzt darüber Hä Wo ist denn ein Gegner Ich sehe niemanden Komm Jetzt lassen wir doch endlich mal die Karte aufrufen Was ist denn los Hier ist auch kein Gegner Was hat Sonic dann nur wieder Heilige Scheiße Ja, jetzt haben wir 99 Fertigkeitenpunkte Wir sind voll Komplett So Jetzt habe ich endlich mal einen Überblick Gut Dann gehen wir jetzt hier weiter Oh Hm Hm Was mit einem Lasergeschwadere So Jetzt Och ne Nicht der schon wieder Gib Ruhe Für dich habe ich keine Zeit Einfach ignorieren Und dann gibt auch Ruhe Sehr schön Jetzt wieder ein weiterer Samen Naja, stimmt Ich dachte, wenn ich zuerst zu viele Samen gesammelt hätte Dachte ich da auch Ich würde Deutlich mehr Äh Level bekommen Aber Dem ist ja nicht so Weil Äh Man Diesmal mehr Samen braucht Damit ich Äh Level bekomme Wie weit ist denn das jetzt noch Darf ich jetzt mal die Karte aufrufen Bitte Nervt mich nicht Ach, der fliegt auch noch bis hier hin Was Als ob Das soll ich mich doch in Ruhe lassen Ich habe doch genug zu anreden Ach nö, auch noch die So Jetzt gibt es aufs Maul hier Was zum Da hätte ich aber jetzt nicht Schaden nehmen dürfen Nein Zu spät Boah Es ist gut, dass mich die Stachen nicht erwischt haben So Jetzt aber Endlich Boah Was für ein Stress hier Hm Alles was ich will Ist hier rüber gelangen Das kann ich glaube ich nur von hier aus Deswegen müsste ich schon gucken Dass ich Ich markiere erstmals hier die Stelle Dass ich hier hin gelange Zu der Insel rüber Ähm Andersrum bitte Hm Da müsste ich hoch So 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 wollte ich das eigentlich haben So Zuviel mal dazu Jetzt muss ich einen Weg finden Darüber zu gelangen Oh Oh Geht er hoch Geht er hoch Geht er hoch Geht er hoch Mein Freund Geht er hoch Ich sagte Geht er hoch Nicht runter Auf runter zu rutschen Hey Mit Hartnäckigkeit Kommt man immer ins Hehehe Geschafft Hmm Alles, was ich will, ist hier rüber gelangen. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Puh. Hm. Moment mal. Das sieht mir doch nach einer... nach einem Pfad dorthin aus, nach einem Direkten. Wenn dir das jetzt alles gut geht, könnte es sein, dass wir doch jetzt endlich mal hier rüber gelangen. Das wär's doch. Das wär's jetzt so sehr... Das wär jetzt richtig wünschenswert, wenn wir es jetzt hier rüber schaffen könnten damit. Nein! Shit! Einmal verdrücken und das war's. Hä? Aber gut, wir haben auf jeden Fall eine Spur. Wir haben eine Spur. Oh. Wir haben eine Spur. Können wir nur X drücken, oder was? Wir gelangen hier hin! Yes! Oh Gott sei Dank, wir haben's geschafft! Sieht ganz aus, als hätten wir's endlich geschafft. Da ist das Rätsel! Endlich! Und es ist ein gottverdammtes Hamsterrad! Wieder mal! Hehe! Einfach nur ein gewöhnliches Hamsterrad. Wir haben's geschafft, Leute! Endlich! Oh Mann! Jetzt wird es nur noch... ...dass wir auch noch da rüber kommen. Ist eigentlich auf der Insel... Oh, das sieht ganz danach aus, das hier. Hinterbei auch noch ein Rätsel steckt. Aber vielleicht kommen wir auch dort direkt hin. Es sei denn, wir gehen wieder in eine direkt falsche Richtung. Oh! Hm, obwohl... Nee, das war ein bisschen falsch gerade. Auch nur ein bisschen. Aber... ...wir haben auf jeden Fall zumindest das eine Rätsel schon mal endlich geschafft. Es war ein steiniger Weg, aber... ...am Ende hat es geklappt. Jetzt muss ich aber nur auf diese eine Railschiene wieder raufkommen. Das ist hoffentlich nicht so schwer. So, und da muss ich eine Abzeigung hier finden. Von hier aus. Hm. Es sind so viele Railschiene, aber... Ich glaube, es müsste möglich sein, von hier aus... Duschen wieder... Duschen wieder... Nein! Da steigt er hoch. Der will vermeiden, dass ich hier auf ihn drauf... ...komme. Der Spackofatz. Das war wirklich lässig, der Gegner. Ja. Yes! Ah! Ah! Hm. Das ist nur fein. Na komm, was ist denn? Der Kreis war doch vervollständigt. Halt, 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 halt. Halt, bitte. Gib mir erst mal CD-Pamminzen. So, und jetzt aber... Jetzt kann ich meinetwegen... Eigentlich habe ich das auch gar nicht nötig gehabt hier. So, jetzt aber... So, dafür habe ich wirklich hier die... Ramp, also die... Das Dash-Panel nötig gehabt. Nein, come on! Flieg nicht weg! So, jetzt hättest du endlich mal... Oh! Oh! Der Weg sieht doch direkt aus, als könnte er mich hier hinführen. Auf diese Insel. Hm... Wenn alles gut läuft... Könnte ich hin jetzt? Yes! Das sieht gut aus! Oh, danke! Ich glaube, ich bin drauf. Ich bin auf der Insel, ne? Yes! Yes, Baby! Aha! Ein weiteres Rätsel, das werde ich lösen können. Wir sind fast durch, Leute! Wir haben es endlich dann fast geschafft! Es war ein langer, steiniger Weg. Aber wir haben es bald. Oh, ich bin auf der Insel. Darf ich den 2D Reich bitte belassen? Äh, verlassen hier? Ich möchte erst mal gucken, dass ich hier... ein Rätsel finde. Da! So, was ist jetzt hier... Oh! Äh! Jetzt war... Sehr schön. Ich glaube, das war auch nur ein Rätsel bei Nacht gewesen. Da habe ich auch Glück gehabt. So. Geil! Na gut, ähm... Da würde ich vorschlagen... Ah, da ist ja voll in der blaue Chaos Emerald! Schauen wir an! Hm. Ich würde vorschlagen, wir... Wir geben uns jetzt mal... Gehen wir zu dem Rätsel, zu den roten Chaos Emerald, voralledem. Euch ignoriere ich wieder gezielt. Weil ihr seid nichts weiter als lästig gerade. Zu dem Zeitpunkt kann ich jetzt wirklich... ...euch nicht gebrauchen. Hm. Jetzt sind wir mal hierhin gelangt. Das heißt... Es müsste einen direkten Weg hierhin geben. Auf diese Insel. Da war doch was, ne? Obwohl... Ich sehe nicht, dass diese Rail-Schiene mich hierhin bringen könnte. Oh, aber ich war da... Ach, gar nicht, ne? Hm. Shit. Okay, ich fürchte... Ah, das geht nur von hier aus. Ach. Also, Kommando zurück, würde ich mal sagen, ne? Kommando zurück auf diese Insel. Dann komme ich hierhin. Und dann könnte ich hier das Rätsel lösen. Und dann erst... Wenn ich hierhin gelange, komme ich hierhin. Also, ein bisschen... Ist ein bisschen umständlicher, aber... Es erfüllt seinen Zweck. Es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Oh, wo ist denn hier? Ähm. Ich weiß allerdings nicht, ob ich jetzt... Aber ich glaube, es müsste klappen. Irgendwie. Hm. Sind wir aber hier... Beim Blanc hier. Sind wir halt wieder angelangt. Alles, was ich wollte, ist eigentlich hierhin gelangen. Aber von hier aus geht's ja nicht. Oder? Ist irgendwo eine Rails-Schiene, die das ermöglicht. Vielleicht die hier. Jetzt haben wir fast wieder... Für den Super-Turbo zusammen. Aber... Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ich glaube... Fast, ne? Oder? Oder haben wir uns wieder ein bisschen vertan? Mal wieder. Schwierig, 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 schwierig. Hier schon mal nicht. Das, was ich will, ist wirklich jetzt erstmal dorthin gelangen. Aber von hier aus komme ich dann da... Ach, Moment. Ich bin ja schon hier drauf. Ach, ich depp. Aber das ist jetzt meine Chance. Das ist jetzt endlich meine Gelegenheit. Aber nicht meine Gelegenheit, mich hier... Mir hier den Arsch zu verbrennen. Ach. Ich wollte in die Dash-Ringe reinspringen. Aber stattdessen springe ich in die Lava. Wie in Vollhorst. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Nein! Was? Ich bin wieder hier? Wieso? Wie? Was? Wie? Ha? Warum? Leute, könnt ihr mir erklären, warum da kein Checkpoint jetzt war? An der Stelle? Warum ich jetzt hier dazu verdammt bin? Och Mann, jetzt leck mich doch. Lass mich die Karte aufrufen. Hallo. So, darf ich jetzt bitte mal... Ich muss einfach erstmal hier hin. Und so funktioniert es. So einfach kann es gehen. So, gib mir noch ein paar Ringe. Und... Super Turbo frei. Dann kommen wir jetzt umso schneller hin. Aber wirklich umso schneller. Oh. So, come on. So, dann... Auf jeden Fall kommen wir jetzt endlich mal zu den einen Rätsel da. Das Ganze ist wirklich ein echter Irrgarten geworden. So, aber hier wollte ich eigentlich nicht hin, oder? Doch, so komme ich auch durch. So. Bitte, geht mir da noch mehr Erinnerungsfragmente? Okay, dann halt nicht. Lass mich raus da. Oh, hier ist es... Ah! Flutschig. Okay. Jetzt aber. Da sind wir. Was ist jetzt... Oh. Einfach nur die Lichter hier ausmachen. Kein Ding. So, und dann bewegen sich auch die... Okay, okay. Aber jetzt schnell, bevor die Nacht... Ah, bevor die Nacht hier endet. Ah, komm. Hab ich es nicht getroffen? Geschafft. Und da ist jetzt der silberne Chaos am Welt frei. Okay. 20. Huh. Das war es verlangt. Na schön, liebe Leute. Dann im nächsten Part versuchen wir jetzt zu den letzten Rätseln noch zu hin zu gelangen. Vorredem... Wie komme ich zu dem hier hin, wenn da schon eine unsichtbare Wand ist? Das muss was zu bedeuten haben. Naja, aber wie gesagt, im nächsten Part geht es dann weiter. Ich glaube, von hier aus müsste es funktionieren, hin zu gelangen. Ich hoffe es. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the WGT9. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Sonic Frontiers für Steam. Also auf Wiedersehen und tschüss, ihr Leutchen. Bis zum nächsten Mal.